Der absolute Oberhaber. Mein Name ist Benjamin Jaworski, Fotograf und Abenteurer. In den letzten Jahren habe ich mit meiner Kamera schon so einiges von der Welt entdeckt. Ferne Länder, wilde Tiere, aber manchmal liegt das Schöne gar nicht so weit entfernt. Deshalb bin ich gerade auf der Suche nach den schönsten Fotomotiven in Deutschland. Heute sind wir in Bayern, an einem idyllischen See mit Holzhütten. Heute bin ich in Bayern, in Stegen am Ammersee. Und ich weiß nicht, ob der Ort so heißt wegen den Stegen tatsächlich oder einfach so, durch Zufall. I don't know. Auf jeden Fall sind hier wunderschöne Stege mit so kleinen Fischerhäusern drauf. Und die werde ich jetzt probieren zu fotografieren. Das Wetter ist nicht ganz optimal, aber wir machen das Beste draus. Das sieht doch schon mal ziemlich cool aus hier mit der Hütte. Der Himmel ist ziemlich dramatisch. Und eigentlich hätte ich mir so ein bisschen mehr vorgestellt, ein bisschen weniger Wolken. Ja, schön so eine Färbung nach Sonnenuntergang. Aber vielleicht wird das gerade durch diese dichten Wolken heute sehr cool. Ich werde es erstmal ein bisschen rumprobieren, Perspektiven suchen, auch ein bisschen mit den Belichtungen rumspielen und dann mal schauen, was ich so einfallen kann. Was ich ziemlich cool finde, ist, dass hier im Wasser ganz viele Steine drin sind und auch hier drüben sind so ein paar Steine. Und die werde ich später auch mal probieren in den Vordergrund zu nehmen. Aber aktuell sieht mein Bild hier so aus. Ich habe eigentlich nur den Steg und hier so auf der Kreuzungslinie ist das Haus. Und eben wegen diesen Steinen im Wasser werde ich jetzt mal hier den Polfilter ausprobieren. Mal gucken, mal gucken, ob man das schon sieht. Oh ja, guck mal, das seht ihr schon hier. Polfilter nicht aktiv und Polfilter aktiv. Polfilter nicht aktiv, Polfilter aktiv. So, und den kann man jetzt hier vorne ganz einfach ins Filtersystem reinklippen. Zack, jetzt ist er drin. Und jetzt kann ich hier am Rädchen das Ganze einfach einstellen. Auf jeden Fall ist das so eine gute Voraussetzung, um einen Polfilter einzusetzen. Ich benutze nicht immer einen Polfilter, aber das hier, das ist so für mich so ein kleiner Indikator. Vielleicht mal einen ausprobieren. Vielleicht sieht es auch kacke aus, aber ich glaube, es wird gut aussehen. Okay, dann würde ich sagen, als nächstes ein D-Filter. Ich habe jetzt zuerst mal einen Tausender rauf gemacht und werde jetzt mal 30 Sekunden belichten, zusammen mit dem Polfilter. Da ist das Foto. Schauen wir uns mal an. Das sieht auch schon mal ziemlich cool aus. Die Farben sind nicht ganz so schön, aber generell im Himmel, die Farben sind nicht ganz so schön. Es ist so sehr, so verwaschen alles. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Vielleicht muss ich den Weißabgleich mal ein bisschen anders noch einstellen. Das ist immer ein ganz guter Trick. Da kriegt man von vornherein schon mal ein ganz gutes Gefühl, wie das Bild so in der Nachbearbeitung wirken könnte. Zum Beispiel ein bisschen wärmer oder ein bisschen kälter. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Was hier ziemlich lustig ist, hier ist super Highlife. Es ist Freitagabend, es ist gutes Wetter. Hier ist mega was los. Hier an den Stegen selbst ist es relativ ruhig, aber vorne ist richtig Remi Demi, richtig viele Restaurants. Die Autos fahren hier lang, es wird gehupt. Hunde rennen rum, Kinder schreien rum und so weiter. Also ruhig ist es jetzt nicht wirklich, auch wenn das hier in der Aufnahme so wirkt. Hier ist es richtig belebt. Aber hier unten am Ufer ist es einigermaßen entspannt zu fotografieren. Aber es ist halt gut bei Sonnenuntergang. Sonnenaufgang ist in der anderen Richtung. Könnte man auch machen. Deutlich ruhiger. Ich habe heute leider nur Zeit bei Sonnenuntergang. Deswegen bin ich jetzt Freitagabend bei Sonnenuntergang hier im Highlife. Ich habe jetzt testweise noch einen Verlaufsfilter reingesteckt und ich arbeite mich so langsam zu meinem finalen Bild hin. Das ist ein Prozess. Das ist nicht so, ich komme irgendwo hin und weiß dann genau, was ich mache, sondern ich arbeite mich langsam hin, habe so verschiedene Ideen und suche dann aber auch verschiedene Perspektiven. Was ich auf jeden Fall weiß, ich werde eine Langzeitbelichtung machen. Oft werde ich gefragt, was für einen Filter soll man eigentlich benutzen? Also was für einen ND-Filter, welche Stärke? Da hilft zum einen natürlich eine ND-Filter-Tabelle, um ungefähr zu sehen, wo man hin will und was für eine Verschlusszeit man aktuell hat. Ich bin jetzt aber zum Beispiel so, ich habe einen Tausender benutzt, weil ein Tausender von der Verschlusszeit gepasst hat. Jetzt wird es ja aber langsam immer weiter dunkel. Deswegen wechsle ich jetzt schon auf einen 64-fach ND-Filter, mache die Blende auf 18 zu und kann dann langsam immer weiter die Blende öffnen, bleibe aber bei 30 Sekunden Verschlusszeiten. Und das ist halt später eine Blende 16, Blende 14, Blende 13, Blende 10 und so weiter. Also jetzt ist nur noch der 64er gerade drauf. Ich fotografiere jetzt ungefähr seit zwei Wochen mit der A7 IV. Je nachdem wann ihr das Video seht, fotografiere ich wahrscheinlich schon einiges Jahr mit der Kamera mittlerweile. Aber jetzt aktuell zum Aufnahmezeitpunkt sind es so zwei Wochen. Und ich habe ja die ganze Zeit mit der 7R II gearbeitet und die hat ja einen ganz anderen Klapp-Display gehabt. Bei dem Klapp-Display zusammen mit dem L-Winkel ist es echt schwierig, den anständig im Hochformat zum Beispiel jetzt zu drehen. Das heißt, am besten klappt man den vorher schon komplett aus. Dann ist es aber ziemlich geil, weil dann steht er hier so richtig rüber. Aber wenn man dann wieder irgendwie was drehen will, das ist eigentlich fast nicht mehr möglich. Man muss die Kamera dann erst wieder komplett abmachen. Also da würde ich mir zukünftig einen anderen Klapp-Display tatsächlich wünschen. Der ist halt schon alt. Das ist der 600D Klapp-Display. Und die 600D von Kellen, die ist halt schon, keine Ahnung, zwölf Jahre mittlerweile alt. Und so ist auch dieser Klapp-Display. Schade, muss ich so sagen, aber ja, geht so. Im Himmel färbt es sich so ein bisschen. Vielleicht wird es noch schön. Ich werde jetzt mal gleich zu den Steinen rübergehen und die so in den Vordergrund nehmen. So Leute, das ist er. Mit den Steinen im Vordergrund, das sieht ja mal mega nice aus. Zieht euch das mal rein. Diese Folge wird natürlich präsentiert vom Jaworski-Fotoreiseführer. In diesen Büchern findest du über 1000 der besten Fotospots in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gibt es als Sammler-Edition. Sieht dann so aus mit allen fünf Büchern oder auch einzeln. Auf lernvonband.de und bei ausgewählten Händlern. Das ist ein typischer Jaworski. Den nehmen wir. Der ist gekauft, oder? Der Hammer. Der absolute Oberhammer. Uff, jetzt kommt die Sonne da hinten noch durch. Allerdings nehme ich die Sonne nicht mit ins Bild rein. Will ich nicht haben. Ich will clean nur die Hütte haben. Gibt aber so ein bisschen Reflexion auf dem Wasser. Und natürlich auch so ein bisschen Farbenspiel auf der Hütte, aber auch auf dem Wasser. Aber die Sonne selbst, die wird zu hell. Die will ich nicht drin haben. Probieren wir auch den Verlausfilter nochmal mit aus. So ein bisschen hier mit rein. So ein bisschen Abdunklung in den Himmel. Das sieht doch schon aus wie gemalt. Geil. Genießt den Blick, Leute. Genießt ihn einfach. Das müsst ihr auch mal genießen hier. Wenn du guckst, auch mal genießen. Es wird langsam immer dunkler. Und was ganz cool ist, diese Hütte ist nur ein paar Meter entfernt hier von der anderen Hütte. Man sieht sie sogar. Und ich glaube, da werde ich gleich nochmal hingehen und dann von dieser Seite fotografieren. Also noch eine andere Perspektive. Welche gefällt euch besser? Die große oder die kleine Hütte? Schreibt es mal in die Kommentare. Der letzte Schuss für heute Abend. Jetzt nochmal hier von der Seite. Das gefällt mir auch ziemlich gut. Jetzt hier auf der GoPro sieht es sehr weitwinklig aus. Aber ich bin auf, glaube ich, 35 sogar reingezoomt. Also sehr weit. Und nehme nur so diesen Bildausschnitt hier ohne den Kies hier. Nur Wasser, nur Hütte mit dem Steg von der Seite. Und hinten diese schönen Farben. Das sieht noch sehr schön aus. Sonne ist schon untergegangen. Also es ist schon nach Sonnenuntergang. Man sieht das in der Videoaufnahme wahrscheinlich jetzt nicht so gut. Vielleicht krillst es ein bisschen. Aber es ist ja noch relativ hell. In Wirklichkeit ist es aber schon sehr dunkel. Also ich muss gleich auch den ND-Filter abnehmen. Weil es schon zu dunkel ist, um mit dem 64er jetzt anständig zu fotografieren. Schauen wir uns das Bild mal an. So hier auf dem Display sieht es schon ziemlich dunkel aus. Ja, hier sieht das von der Helligkeit noch sehr gut aus. Gefällt mir gut. Ja, viele spannende Perspektiven dabei, oder? Feierabend für heute. Langsam ist es hier auch ruhiger geworden. Die ganzen Restaurants machen langsam zu. Wir sind ja in Bayern. 20 Uhr werden die Bordstellen dann langsam auch mal hochgeklappt. Na ja, ganz so ist es nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das Geile ist jetzt, wir laufen zurück zum Parkplatz. Und was gibt es auf dem Parkplatz? Eine Elektroladestation. Und was haben wir gemacht? Natürlich geladen. Das heißt, wir kommen jetzt zurück. Drei Stunden waren wir ungefähr weg. Das heißt, das Ding ist wieder voll. Geil. Quasi die Tankstelle direkt am Parkplatz. So muss es sein. Und nicht mal Parkgebühren bezahlt. Ob das legal war, weiß ich nicht. Aber ich meine, an einer Tankstelle bezahlt es ja auch keine Parkgebühren, wenn du tankst. So habe ich mir das jetzt mal selber argumentiert. Mal gucken, ob wir ein Ticket haben. Auto ist geladen, jedenfalls so ein bisschen. Na ja. Also dafür, dass wir zwei, drei Stunden hier waren, hat er nicht so schnell geladen. Aber immerhin ein bisschen. Und jetzt mal Feierabend. Welches Bild hat dir heute am besten gefallen? Schreib's in die Kommentare. Schau dir hier auch die letzten Folgen an. Auf der Suche nach den schönsten Landschaftsmotiven in Deutschland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie für funk, 2017 Vielen Dank.